herzlichen willkommen liebe zuschauer zu unserer sendung gut gelebt spezial heute beschäftigen wir uns mit einem thema das sie von ihnen mal schon getroffen hat prellung zerren verstauchung konkreter mit dem was man dagegen unternehmen kann was es da vermitteln gibt und ich freue mich dass der chefredakteur der zeitschrift ökotest hier ist herzlich willkommen herr stellpflug haben sie haben auch diese mittel getestet was kann man denn zu diesen mitteln sagen da gibt es ja zunächst auch mal grobe unterscheidung für das für was ich ein jeweiliges mittel einsetzen kann oder weniger einsetzen kann es gibt also zwei ganz unterschiedliche sage ich mal wirkprinzipien das eine wirkprinzip ist entzündungshemmend schmerzlinder das machen die meisten dieser salben die wir hier untersucht haben die sind dann beispielsweise für verstauchungen für prellungen ja aber die sind eben auch für rheuma anfälle deswegen dass das hört sich zunächst mal ganz komisch an aber es ist eigentlich das gleiche prinzip beim rheuma soll ein bisschen mehr entzündung gehemmt werden und ein bisschen weniger auf die schmerz wirkung die ist da wichtig bei den bei den verstauchungen ja da ist die schmerz wirkung ein bisschen wichtiger und es sollen aber auch die entzündungen vermieden werden die die produkte die wirkstoffe die da eingesetzt werden die heißen das sind sogenannte nicht steroidale anti rheumatika das muss man sich nicht merken nur man hat es mal gehört sind eigentlich schmerzmittel sind eigentlich chemische schmerzmittel eine ein produkt ist aber auch ein natürliches weinwellwurzel extrakt das hat genau die gleiche wirkung also das ist der das eine wirkprinzip das andere wirkprinzip was diese salben haben das ist das umgekehrte das ist bei bei zerrungen bei ja bei zerrungen oder bei 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 zerrungen muss man sagen da soll dann gewärmt werden und dazu werden dann auch natürliche wirkstoffe eingesetzt beispielsweise die wirkstoffe des cayenne pfeffer das wärmt dann und soll so eben helfen und dann haben wir noch eine dritte sorte von mitteln ja die kühlen eigentlich nur die machen nicht viel mehr und die haben wir dann auch gleich mit ungenügend bewertet aber das ist ja genau das problem noch mal auf das beispiel der wärmenden mittel zu kommen man sagt ja eigentlich wenn ein entzündlicher prozess vorliegt dann nicht wärmen sondern kühlen auf keinen fall wärmen wenn man so einen prozess hat dann soll man eigentlich vorgehen jetzt reden wir über die sport als sportlersalben sportverletzungen nach dem pech prinzip man hat eben pech gehabt ja pech heißt pause eiskühlen kompressen also umschläge machen und hochlegen das ist das prinzip mit denen man solche verletzungen dann behandeln soll auf keinen fall natürlich wärmen denn das würde genau wie bei räumer die beschwerden einfach verschlimmern das heißt also man muss schon vorher mal gucken was hat man und was steht ein bisschen auch auf der auf der deklaration der salben drauf dass man da nicht zu den falschen greift weil man muss ja sehen das sind alles frei verkäufliche arzneimittel das heißt ich kann in die apotheke gehen kann mir dann eine salbe aus dem regal greifen ja und kann dann natürlich auch zur falschen salbe greifen deswegen natürlich auch der rat fragen sie doch mal ihren apotheker welche ich das noch mal auf dem begriff den sie vorher genannt haben was die alle diese nichts der ru wie heißt es genau steroidal das heißt ja auch da weiß ich zumindest als endverbraucher da ist kein kortison enthalten das ist genau der unterschied eben zu den kortison haltigen mitteln die ja bei räumer auch oft eingesetzt werden bei starken räumerschüben beispielsweise bei sportverletzungen sind die nicht nötig aber bei räumerschüben sind die schon teilweise nötig sind die auch sehr wirksam aber das unterscheidet eben diese nicht steroidalen mittel von den kortison haltigen mitteln okay erstellt nun ist eher so dass mittel die zwar den gleichen kernwirkstoff haben beispielsweise diclofenac ist ja ein bekannter wirkstoff den es in jeder form gibt auch in tabletten form und in salben und gel form trotzdem unterschiedlich bewertet werden das hat mit den mit den beimitteln die noch dabei sind doch etwas zu tun es gibt zwei gründe warum wir auch wirksame schmerzmittel sie sagten schon diclofenac oder ibuprofen beispielsweise auch ein mittel ein wirkstoff der in diesen salben drin ist warum wir die unterschiedlich bewerten das ist einmal der wirkstoff selber diclofenac ist eine so genannte halogen organische substanz und halogen organische substanzen sind sagen wir mal immer so ein bisschen kritisch zu sehen deswegen werten wir die ab oder produkte die bestimmte ja hilfsstoffe enthalten die auch nicht unproblematisch sind die beispielsweise allergen auslösen können die werden dann auch abgewertet obwohl das mittel selber durchaus wirksam sein kann das wollte ich gerade noch mal nachfragen also diese abwertung per se hat dann zunächst mal mit der wirksamkeit des grundstoffes über überhaupt nichts zu tun das sind das sind wirksame arzneimittel die klofenac ist ein wirksames schmerzmittel aber wir sehen das halt ein bisschen kritischer als ibuprofen was keine halogen organische substanz ist wenn sie so einen test durchführen gerade bei solchen mitteln wobei ja immer problematisch immer mehr mittel sind sozusagen im freien verkauf auch zu erhalten so dass da die beratungsfunktion des verkäufers in manchen fällen nicht so groß ausgeprägt ist es prüfen sie auch ob das was deklariert ist auf den packen ob das auch so in etwa dem entspricht was denn tatsächlich zu erwarten ist das ist schon ein ganz wichtiges kriterium dass wir uns die deklaration der mittel ansehen dass wir gucken wie wird auch von nebenwirkungen gewarnt sind die warnungen richtig wird zum beispiel vor zu langem gebrauch gewarnt wird gesagt okay du musst irgendwann auch mal zum arzt gehen du kannst es jetzt nicht monatelang die einfach drauf schmieren und hoffen es wird besser und es wird nicht besser also all diese all diese fragen werden mit abgeprüft weil wir natürlich genau wissen die menschen die sollten sich beraten lassen darauf weisen wir immer wieder hin es sind arzneimittel arzneimittel haben wirkungen arzneimittel haben und können auch nebenwirkungen haben das heißt also auch wenn es frei verkäuflich ist auch wenn es pflanzlich ist viele leute meinen ja pflanzliche mittel das ist alles ja unproblematisch nein auch pflanzliche mittel sind hoch wirksam das heißt also man soll sich immer wenn man arzneimittel anwendet beraten lassen vorher bevor man sie anwendet und deswegen prüfen wir das auch immer wieder ab weil wir umgekehrt wissen die leute machen es nicht deswegen müssen schon die informationen auf den arzneimitteln wirklich tauglich sein wie wichtig ist weiß nicht ob sie das untersucht haben weil das thema halt im moment ohnehin in jeder form diskutiert wird die mindesthaltbarkeitsdauer ist ja bei solchen präparaten auch angegeben soll ich dann die finger weglassen wenn das abgelaufen ist also bei den arzneimitteln geht es nicht um eine mindesthaltbarkeit unbedingt sondern da geht es tatsächlich auch um eine verwendungsfrist ja wenn die abgelaufen ist dann sollte man die arzneimittel entsorgen und das heißt man schmeißt sie nicht in den hausmüll sondern man bringt sie zur apotheke zurück wo sie dann entsorgt kontrolliert entsorgt werden können diese ganze entsorgung von arzneimitteln über den hausmüll das ist tatsächlich schon ein riesen problem weil ich finde die wirkstoffe hinterher auch in der umwelt wieder und da gehören sie nun genau nicht hin kommen sie vielleicht wieder in die gewürze herr stellplug herzlichen dank für den besuch im studio für die wichtigen informationen wie immer gibt es alles zum nachlesen im neuen heft der zeitschrift ökotest herzlichen dank liebe zuschauer das war die heutige ausgabe von gut gelebt spezial herzlichen dank für ihr interesse so Untertitelung des ZDF, 2020